Es kommt zu einer Weikig-Förerung von Wettbewerb-Förerung. Ähm... Ähm, wir haben ja nicht schrug... Ich habe dich doch schon mal gefragt! Klingt überhaupt nicht nach Nernz! An der Stimme hat er... Was haben wir vor? Alter, Storrad hat den Lieblings-Schauspieler seine Kinder erschossen. Ah, verstehe! Du machst also Waffeln mit Färbären... Geschmack ist immer... Geschmack ist immer... Geschmack ist immer... Ha, nichts! Der Dief in den Orgern hat die Kommission erhoben... Aber auch Arjen ist immer noch ein Kind von Schwerer, der beim Abfall 05 ReST. Wartig ist immer noch nicht in die Staubschrauber-Wattmöchung zu angehen? Wie bitte, dass sie dort an der Abfallanträger machen können. Es gibt auch die Färbär-Wattmöchung. Die Salaubschrauber- und der Titel ist immer noch nicht ganz schwer. Die Salaub-Wattmöchung. Die Salaubschrauber-Wattmöchung. Die Salaub-Wattmöchung! Die Salaub-Wattmöchung. Die Salaubun-Wattmöchung war nicht überprüft! Die Salaub-Wattmöchung. Ah! So, haben wir den aufgehauen? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was ist das denn? Was zum Teufel? Na, nicht! Kommt schon! Da drüben! Das seh ich mir mal an! Wir müssen ausschwärmen. Geht überall nach, ihr habt hinter sich. Hände hoch! Los! Ja, ja, kein Problem. Seht nach, ob hier irgendwo einer ist. Sucht überall! Na, komm. Komm schon, sucht mich! Äh, hab ich dich nicht mal verachtet? Halt! Oh Nels steht auf ziemlich schrägen Kram Nels suchte einen Ort, an dem er sein Geld waschen konnte Oh 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 Hotshot, ging von hier direkt nach Miami. Pflanzen. Das einzige, wozu sie gut sind, ist rauchen und essen. Lisa, 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 das sind der valente Knossel und... Keine Bewegung! Okay, alles easy. Was ist das? Ah! So, und wir auch. verhaftet Ok, ganz ruhig! Polizei! Stehenbleib! Wenn er nur schlauter spricht dann... Ich glaube, Stoddard klärt das, wie alles laufen wird. Wie wird alles laufen? Wir beschlecken die Fels, wir dealen die Drogen, die Korps kriegen das Geld, wir haben das Risiko, die das Geld... Halt! Holy Tank! Vergiss das einfach! Wo haben wir den Arschloch? Nein! Du hier? Witzig! Ja, sehr! Nimm die Waffe runter! Ich steck sie ins Hälfte! Nimm die scheiß Waffe runter, Nick! Lass uns darüber reden! Nick, ich folge den Pennern im Truck! Negativ! Greif sie nicht an! Nick! Finde raus, wo sie hinwollt! Hast du Hülle Wunder? Nichts! Hier ist alles okay! Stopp! So kannst du mich nicht mehr festnehmen! Scheiße! Los Mendoza, abwissen wir uns von hier! Ach! 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 Warum los? Los Mendoza! Oh, jetzt gehts Action, man, Baby! Jetzt gehts Action! Brandsatz! Abbie! Weiter! Oh, ho, ho, ho! Willst du den Kanzler zurücktreffen? So einfach ist es nicht, Mendoza! Ah! Ah! Little Snake! Mein Wagen ist draußen! Los jetzt! Nick, hier lang! So! Ach ja! Die Tage in Miami! Herrlich! Kai, wo bist du? Tom, kurz! Du bist an der Mord! Ich bin mir ziemlich sicher, dass die... Oh, fuck! Kai? Komm her! Sofort! Kai! Ich glaube, die braucht Verstärkung! Egal, Mann, ich bin dich fest! Mendoza! Deine Partnerin steckt in der Klemme! Wir müssen ihr helfen! Los jetzt! Lass mein Wagen! Ja! Fahren! Das ist noch ziemlich weit bis zum Laden! Okay, dann mal los. Nance hat immer ein paar Leute in der Mord für Notfälle. Und die Typen, hinter denen Kai her war, sind natürlich auch da. Fast nicht sonst noch alles. Das wird nicht leicht. Wir sind Partner. Ah ja, das war ich auch mal. Für mich hättest du das doch auch getan, oder nicht? Los jetzt. Aufhörsfindung. Hals! Hände hoch! Arschloch! Ich hab den anderen Typen. Der hat das Programm gemacht, hm? Sehr gut. Das ist der Papa. Das ist der Papa. Das ist der Papa. So. Wie sieht's aus? Das sind ziemlich viele, du hattest recht. Eins muss man erst lassen. Er schafft Arbeitsplätze. Da hat er bestimmt sein Geld. Kai, Kai, ich höre dich nur ganz leise. Das ist dein Aufrufenfall, nicht du. Polizei, Hände hoch! Hände hoch! Ja, ja, kein Problem. Halt! Du bist verhaftet! Ja, ja, kein Problem. Ich will das nicht da in dem Laden kommen. Es ist heiß. Ich nehme meinen Übersturm. Hier werden die Schrammings tot verfallen. Hier ist es! Auf keinen! Polizei! Stehen bleiben! Ja, ja, kein Problem. Bleib, wo du bist! Wir machen noch gar nichts. Oh, ja. Super, schau. Halt ihn ab! Da ist er lang! Hey, er ist da unten! Hey, ähm, Verstärkung kommt wohl keine, oder? Sorry, wegen dir ist der Einsatz geheim. Nick, mein Schlechtes wäre der einzige, den ich geschnappt habe. Noch hast du mich nicht verhaftet. Das macht dich also mit Sicherheit mitschuldig. Ja, red einfach weiter, Stordachter. Geh in den Kontrollverbot zu greifen. Nick, die Domo Roboto! Das ist Melzladen! Scheint beliebt zu sein! Ich bin hier! Die Domo Roboto! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Die Domo Roboto! Überrasch! Nichts, schalt die Typen aus! Los, weite! Okay, wird erledigt. Los, Mendoza! Scheiße, ja! Scheiße! Los, Mendoza! Bevor ihr alles bei uns zusammenbricht! Du musst herkommen! Kai! Kai! Hey! Bist du, okay? Oh, na ja. Ja doch. Los ist unterwegs. Wir sollten ihn im Boot treffen. Gut. Dann verhafte wir Sturna. Wow, wow, wow. Da kommen mehr Leute. Wir müssen ihn hier wohl ausschalten. Oh, hörst du das nicht? Vielleicht braucht ihr mich. So, fort stehen bleiben! Oh, fuck! Weißt du, was mir auffällt? Ich hab euch beide ausgebildet. Vergiss es, Sturna. Ist doch fast schon politisch, oder? Ja, gewöhn dich nicht dran. Sobald wir hier raus sind, bringen wir dich zur Dienstaufsicht. Unterschätzt meinen Rechtsanwalt nicht, Mendoza. Oh, Mann, hast du das gesehen? Oh, Mann, hast du das gesehen? Das ist Wahnsinn! Vorher ist das! Wir müssen hier raus! Mendoza, per Haftbefehl gezogen, da befindet sich in der Nähe. Mendoza, per Haftbefehl. Mendoza, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hier ist er! oh 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 ok hey man 13 ist am Boden wiederhole leck mich kann nicht wieder sein so fangen wir wieder nochmal an ach 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 keine Bewegung oh man hast du das gesehen das ist wahnsinn was ich gesagt wir müssen hier raus hast du wirklich vor die Arschläche ankommen zu lassen HALT die Hände hoch ja ja kein Problem um so alles klar bleib locker hey hey mach ihn ab hey aufpassen verdammte Scheiße wir müssen hier weg wir müssen hier weg bitte w w w w w w w w Okay. Okay. Endlich. Geschafft. Yo, wenn ich raus wäre, ist es sonnig. Oh, fuck. Oh, Nick. Ist auf seines, Sir. Ich habe Hinweise, dass Nels mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Danke. Oh, und so, und das kann doch nicht sein. Hey, Nick. Ganz ehrlich. Ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Wirklich dankbar. Leck mich doch. Nick, lass es. Geil. Und auf die Klappe. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Genau 33.000 Dollar. Exakt die Summe, die Nels zuletzt überwiesen hat. Ja. Die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Kai hat für dich gekämpft. Immer wieder. Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Ach, darum geht es hier? Wir haben es versucht. Ich war sicher, dass du bei uns keinen Platz finden wirst. Aber du... Tudelst dich ja für einen von den Guten. Ja, bin ich auch, ne? Ja, bin ich. Gute gibt es nicht, Junge. Ja, klar. Und ich bin wartet. Das sind Gatschen sind Scheiße. Ach, das ist ein Gatschen. Oh, guck. Ich habe... Nein, habe ich nicht gefunden. Sowas. Ja, bis zum... Nächste Folge von... BattleFeed Hotline. Ja. Mal gucken. Ja. Ja. Gut. Bis zum nächsten Folge von BattleFeed Hotline.